Letters aus! Dankeschön! Gott dammit! Entschuldigung. Ähm... Vielleicht sollte ich meine... Vielleicht sollte ich das irgendwie auf eine andere Taste legen. Wenn ich das Spiel spiele, wäre es praktisch. Könnte sein, dass ich nochmal irgendwann anders Screenshots machen möchte. Und dann muss ich wahrscheinlich nochmal 5 Screenshots machen, um was wegzukriegen. Okay. Okay. Also, du möchtest den König stürzen und den Thron übernehmen? Der rottinfizierte Margus... Was steht da? Äh... Glänzt mich an. Also, ja, nicht glänzt. Aber er schiebt mich an. Keine Ahnung. Und ähm... Blablablabla... Das ist ein Pitch. Perfekt Duplicate. As... Then seems to split apart. Also, er scheint sich zu teilen in... Viele verschiedene, fast perfekte Duplikate. Ich diene dem König von Armello... Und werde jeden zerstören, der versucht, sich ihm in den Weg zu stellen. Das heißt, er ist jetzt zum Kampf bereit. Er hat sich... Zich Duplikate von sich geschaffen. Ähnlich wie Mr. Three in One Piece, als Ruffy auf Little Garden war. Und meinte... Hey, du wirst nicht herausfinden, wer von uns echt ist! Instinct. Ähm... Witz. Hm... Wisst ihr, das mache ich jetzt sogar einfach mal. Wegen dieser Einspielung, die mir spontan eingefallen ist. Ähm... Ich dashe vor... äh... Vorwärts. Äh... Rufe jeden... Ones of Wits you can master. Ähm... Setze meine ganze Gewitztheit ein. Aber... It simply isn't enough to dodge every one of your dozen. Was sind wir denn? Magus... Also ich schaffe es nicht, ihm komplett auszuweichen. Da Magus und seine Spiegelbilder... äh... Verlassen... Äh... Oder ist er jetzt tot? Ich glaube, er ist tot, oder? Summoning everyone of a... But it simply isn't enough to dodge everyone of your... Doesn't... Say... Ich kann's nicht ganz lesen, das ist echt kleingeschrieben. Muss man ja schon sagen. Äh... Vielleicht sollte ich das auch noch reporten. Ich... Ich versteh's nicht. Auf jeden Fall haben wir einen Prestige bekommen, das ist wichtig. Ich glaube, ich hab ihn besiegt. Lassen wir's dabei. Ähm... Ja, das war das letzte... Das letzte Quest. Ups... Ähm... Das bedeutet... Dass der König nur noch einen Tag zu leben hat. Ich hab recht. Ähm... Was man machen könnte... Man könnte jetzt rein theoretisch sich auf den Weg in den Palast begeben. Das hatte ich zumindest schon mal versucht. Dann bekommt man halt auch so eine königliche... Was ist denn da? So eine... Äh... Vorlage hingesetzt, wo man sprechend würfeln muss. Aber das hab ich nicht geschafft, weil das praktisch jedes Symbol abfragt. Und das war mir dann doch ein bisschen zu heftig, zumal ich nicht genug Würfel hatte. Ähm... Näm... 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 Drei Leben habe ich. Äh... Näm... 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 Ich werde jetzt einfach noch gegen den Bane kämpfen. Ich werde gegen den Bane kämpfen. Mercurio hat volles Leben. Ich denke, ich mache es bei Amber. Achso, ich habe keine Magie mehr. Okay. Dann, Bane, wo bist du? Bane. 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 Versuchen wir unser Glück. Moment, ich könnte eigentlich hier die Karte verbrennen. Na, die ist cool, die Karte. Die will ich noch behalten. In der Nacht könnte ich noch genug Magie bekommen. Aber ich hätte sogar ein Schild gehabt noch. Ah, ich glaube, da überlebe ich gerade so, oder? Ah ja, Glück gehabt. Und der Bane ist tot und ich kriege wieder einen Prestigepunkt. Damit habe ich 17. Yeah. Ich glaube, Mercurio hat eine Verrottung bekommen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Moment. Ah, ja, ich glaube schon. Amber hat vier Verrottungen. Senna hat zwei Steine, zwei Verrottungen. Also ein Seelenstein-Finale werden wir heute wohl nicht kriegen. Das ist die letzte Nacht, bevor der König sterben wird. Was wird in dieser Nacht geschehen? Amber stirbt! Spektakulär im Dungeon des Bane. Der Bane kehrt zu seinem Dungeon zurück. Ein anderer Bane erscheint in seinem eigenen Dungeon. Und ich darf drei Karten ziehen, oder? Ja. Also darf ich immer vier Karten auf der Hand haben. Das ist cool. Gut zu wissen, das habe ich jetzt auch gelernt. Items bringen mir jetzt nicht mehr so viel, würde ich sagen. Zauber auch nicht. Ich gucke mal. Okay. Gain stuff everywhere. Und ja, leider nichts Schönes bekommen. Das hier ist auch eine schöne Karte, muss ich sagen. Sieht echt cool aus. Ähm, damit bekomme ich, äh, überall. Moment, das kann ich eigentlich gerade mal benutzen, oder? Ich habe kein Gold. Ähm. Ich habe vier Punkte, habe ich. Eins, zwei, drei, vier. Oder? Eins, zwei, drei, vier. Äh, ne, der ist mir zu stark. Wie sieht's mit dem? Oh, der ist mir auch zu stark. Vor allem, das könnte eigentlich gehen. Ähm. Ach, was soll's. Wisst ihr, ich probier's einfach mal. Nee, ich probier's einfach mal. Okay. Brauch ich jetzt eigentlich eh nicht mehr. Aber machen wir einfach's gerade mal, damit's alles voll ist. Hab ich irgendwas, um mich gerade noch zu verstärken vielleicht? Gains, girl. Evade. Das könnten wir vielleicht mal versuchen, um an dem Bane vorbeizukommen und noch in das Dungeon zu gehen. Na, schade, funktioniert nicht. So, weil ja jetzt eh das Spiel fast vorbei ist, trennen wir einfach mal die Karten. Und guck mal, was passiert. Oh, ich glaub, ich hatte nur noch zwei, oder? Ich hatte drei! Yay! Ich hab gewonnen. Aber auch so, gerade so. Mit einem gewöpfelten Schild. Und ich krieg noch ein Prestige. Ist das nicht herrlich? Mal schauen, krieg ich was? Ah, ein Sehenschein. Nicht schlecht. Aber ich kann nichts machen. Ich hab keine Karten. Ich hab keine Auktionspunkte mehr. Ich hab so gut wie gar nichts. Kurio, wo bist du? Da bist du. Ember, wo bist du? Wo bist du? Da oben bist du. Ember. Senna ist... Ja, ich glaub, das Spiel hat sich aufgegangen. Ah, ist das schade. Komm, schade, laufe. Komm wieder zum Laufen, komm wieder zum Laufen. Oh Gott sei Dank, es läuft wieder. Ha, ha. Und ich hab gewonnen. Der König ist tot. Victory. Prestigesieg. Ah, mir hätte nur ein Seelenstein gefehlt. Dann hätte ich auch so gewonnen. Ah, verdammt. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn nicht. Ich denke, beim nächsten Mal spiele ich Mercurio. Mercurio ist bisher mein zweiter Lieblingscharakter. Wir werden sehen. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, stürzt das Spiel ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr über Rückmeldungen freuen. Ob ihr überhaupt nächstes Spiel sehen wollt. Nächste Runde. Äh, ich kann auch mal Multiplayer versuchen, ob das funktioniert. Äh, und ja. Bedanke mich auf jeden Fall. Ich bin mal gleich gespannt, wie lange das überhaupt geworden ist. Also dann, man richtet sich. Bye, bye. Morgens halb zehn in Armello. Zum Wohl heute als am Morgen und die ganze Nacht durch. Ey, ey. Mach mal langsam. Hä? Hä? Ich kann hier übrigens auch so Feuer bändigen. Ich kann hier auch Luft bändigen, dann bin ich schneller. Aber ich will nicht schneller sein. Und ich weiß nicht, warum ich das nur... Was mache ich da? Ich fliege. Ich fliege gegen die Wand. Ich will nicht.